Ganz wohl ich hab drei Fotos dabei! Guck! Sollte noch der Claudia bitte draufschreiben mit sich? Beide ich auf die Anzeige. Beide ich auf die Anzeige. Beide ich auf die Anzeige. Haar! Gerade, gerade! Wo? Der Rauchgelügel ist! Ich komm! Da, Frauke Lutewig. Frauke Lutewig, ja. Danke! Das ist eine E-Fot. Danke! 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 Ja! 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 Das ist mein Mann, was das?